Wir haben eine neue Physiotherapeutin oder Naturheilmediziner, einen Doktor. Also können wir noch mehr kaufen? Ja, wir müssen noch mehr kaufen. Ja, wir können noch einen Ort finden. In der Garten Shop, wir können noch einen Ort finden. Oder wir müssen noch einen Ort finden. Ja. Wo müssen wir finden? In der Garten Center? Es gibt einen Ort, einen Ort, einen Ort. Wir sehen uns auf den Garten Shop. Ich habe auch schon gesehen, über Talais. Bei einem Garten Shop? Ich habe noch einen Ort, einen Ort. Aber ich werde es nicht mehr kaufen. Ich habe eine Art Garten, den ich nicht mehr kaufen. Ich habe einen Ort, einen Ort. Ich habe einen Ort. Ich habe einen Ort. Ich habe einen Ort, einen Ort, einen Ort. Wo kann sie dann einen Ort finden? Okay, we will buy something. She needs to know what we have to buy. And then we can buy some pots and we can grow it around here. But it's not better if we get some pot and she grow it in the pot. And here we still have something. We can grow something. She can have a look at a big pot. Maybe. We can, for example... We can do it. You have a look at a scot. We have a look at a scot. I know what to see, but really if it's not like this, we can do it. If it's got a look at a look at some parts of the pot. I'm sorry. You've got a look at some of the pots. I'm not worried. I'm just thinking like this is a scot. I'm no longer looking. Es ist eine Kaffee, die eine Kaffee für mich ist. Wenn ich eine Kaffee wieder zurückkeine kann, dann kann ich die Kaffee mit dem Kaffee wegmachen. Die Kaffee will ich jetzt noch mal wieder. Geh mir auf ein bisschen. Sie singt das, wenn Sie das, es stopt ein bisschen? So it will not continue growing, huh? No, it's worth to try. And before they had people to take it off? Sure, they kill all these old knowledges, that's the problem. So it's a problem, but we don't need to use them. It's a problem. It's a problem. It's a problem. Ich habe es geöffnet. Wenn du schon so auslösst, dann kannst du nur keine Auslösung kommen. Weil du keine Auslösung vermisst als typische Lebensmittele zu tun ist, muss man ein bisschen kommen? Und wie fühlst du dich? Sehr gut. The eye doctor, really amazing. Before you have, first, doctor make gochang, eye gochang. She make everything she make, she make chin gochang here, face gochang. I just find out from her that normally it's not only a little bit, you have to make, you may have to press a little bit pain, but it's okay. After I gochang, she make an eye drop. She put that inside, which is 100% absolutely major, no kick-off. First, the very painful. She died from 100 and then... I have to make three times, three drops each. And then... I can feel that the eye is more bright, more clean. Like... When you put something inside, you sigh, and then I gonna... clean out all the oily stuff, or fat, or whatever is from your eyes. But... Good. Painful. At the beginning. But now it's... Amazing how clear. Eye is more relaxed. Light. Mm-hmm. So now you see how beautiful I am. And... And... Doctor suggested to make a... Once a month. For the eye doctor. Once a month. Once a month. No matter. No matter. Why? No matter. Anywho, we have to tell the customer... Mm-hmm. How painful and don't get shot. Mm-hmm. Because I was shocked also. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. I will shoot. I cannot see anymore. Maybe my eyes will be blind. But you know, absolutely clear. Okay. So I will try also. Oh, you gonna cry. Ich habe das Gefühl, dass ich die Augen nicht mehr verletzen habe. Aber es ist gut. Ich habe das Gefühl, dass ich die Augen nicht mehr verletzen habe. Wenn die Augen nicht mehr verletzen, dann wird die Augen schwer verletzen. Aber jetzt ist die Augen sehr blind. Vielleicht habe ich das mit dem Leggen, aber ich habe das noch nicht mehr blind. Nein, nein. Jetzt habe ich es dir. Und das ist auch für die Kunden zu kaufen? Nein, für die Zuhause? Nein, es ist nicht sehr schwer, es ist nicht einfach zu tun, bei dir selbst, du musst es unter der Doktor. Nein, es hilft nicht in der Performance. Sie sehen uns leider nicht etwas, aber die Frise wollen wir sehen. Die Blütaile ist vor allem, denn wir wissen nicht, dass sie etwas öfters machen. dass sie auf der Weg zum Schlussthaufen zu sprechen. Der Monat ist es schmuck. ? Es ist einfach so. Ich habe mich von dir, dass du in diesem Fall bist. Es ist einfach so. Ich habe dich noch zu sagen. Ich habe dich noch nicht mehr mit dir geplant. Ich habe dich schon mit dir geplant. Ich sage dir, dass du ein bisschen mehr mit dir geplant hast und dann kannst du dich mit dir. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Weil, nicht wahr? Sehr schwer. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Wir abonnieren unseren YouTube-Kanal! Danke! Super! Gib mir 5! Yeah!